Dann hat es schon mal einer gewischt gekriegt, ja? Ja, aber jetzt ist der Zwischenschutz zurück, eigentlich. Und weiß Bescheid. Heißig, nicht so, zuhören, ne? Doch, zuhörig! Hat er auch schon einen Namen, der rechte? Du musst auch aufpassen. Er kriegt gleich einen mit von der Mutter. Da geht es ihm ja gut. Das ist lecker Blütscher. Jetzt warte ich an. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020